Das ist gut, bitte auf Ausweis vorzeigen. Bitte auf Ausweis. Ihr Ticket ist. Aber hier ist meine Haltestelle, ich kann es Ihnen draußen zeigen, okay? In diesem Fall hat sich Heinrich Knoch getäuscht. Auf dem Bahnsteig zeigt der Studentenprüfer sein Ticket. Alles in Ordnung. Trotzdem ärgert sich der junge Mann über die Kontrolleure. Ich bin schon oft kontrolliert worden. Sie ziehen gerne Ausländer raus. Viele meiner Studienkollegen wurden auch schon geprüft. Bevorzugt kontrollieren sie Ausländer statt Deutsche.